Ich bin dein Mensch ist unaufgeregt inszeniert und trotzdem ist so viel Regung im Zuschauer. Zukunftsvisionen, die gar nicht so abwegig sind, hineingezogen werden in diese Geschichte. Liebesgeschichte. Was ist Liebe? Was braucht man für Liebe? Wie krass ist eigentlich künstliche Intelligenz? Was ist da so möglich? All diese Sachen sind bei mir abgegangen, als ich den Film geguckt habe. Irgendwie war es wahnsinnig schön, das Gefühl, nach dem Film. Ich war richtig drin versunken, weil er ist auch wahnsinnig romantisch. Als Roboter fragt er sie oder stellt fest, du weißt nicht, was du willst. Und sie ist halt total so, ja genau, ich weiß nicht, was ich will, so sind wir Menschen manchmal. Und das hat mich irgendwie total, das war so, das sind diese Knackpunkte in dem Film, wo man immer wieder merkt, oh Mann, was für eine schöne Geschichte eigentlich. Und dieser Satz, so, der hat einfach gesessen.